Pete Smith, für alle, die die Jungs nicht kennen, das sind fünf Jungs, die zusammen Content machen auf YouTube, auf Twitch und einer von denen heißt Dennis aka Brammen und Brammen ist jetzt nicht so im Football drin, also der hat da keinen großen Bezug zu, aber weiß natürlich, dass ich da viel mit mache und hat mir folgende Nachricht an dich übermittelt, beziehungsweise so war das Gespräch, er meinte, ja Mike, also für mich als casual, Football ist doch eigentlich wie Massenficken, das ist so ein Durcheinander, viel Chaos, keiner weiß, was passiert, jeder hat eine Rüstung an, aber wenn Carsten Spengemann mich im Podcast grüßt, dann schaue ich mal bei Football rein und höre auch bei euch mal rein und er wollte wissen, welche Teams sind denn cool, was können wir denn empfehlen? Ja, Bramachop ist übrigens ein sehr leckeres brasilianisches Bier, schon haben wir den ersten Überschlag, Bramachop, beste Grüße gehen raus, mein Freund, Football, ganz einfach, es ist kein massenge, Digga, ich weiß nicht, wie du da, also Sigmund Freud hätte jetzt an deinem Gedankengang eine helle Freude, ein Football-Feld ist kein Swingerclub, alles kann sein, muss und so sein, naja, doch, ein bisschen schon, jeder mit jedem, klar, jeder, nee, nicht jeder mit jedem, also nur jeder, der dieselbe Farbe anhat, das ist schon mal ganz wichtig, ja, komm, griechisch-römisches Ringen, nennen, relativ simpel, du hast vier Versuche für zehn Jahre, das war jetzt die NFL-Erklärung für Anfänger, tu mir einen Gefallen, auch wenn du ein guter Freund von Mike bist, lass dich nicht in diese Patriots nochmal mit reinquatschen, such dir eine schöne Farbe aus, ich empfehle dir Türkis. Hat sich keiner von euch gefragt, warum ich das Wort Massenficken gesagt hab, habt ihr es einfach hingenommen, seit wann rede ich so, ich hatte eine Wette mit Brammen von Peatsmeet, das was ich am Anfang erzählt hab, mit Brammen interessiert sich für Football, gelogen, und zwar haben Brammen und ich nach dem Peatsmeet-Event einer Hotelbar, kamen wir praktisch wie, auf das Thema Massenficken, und er meinte, das ist so ein abstruses Wort, und ich meinte, das ist ein ganz normales Wort, das ist halt wie Orgie, nur Massenficken, kannst du ja sagen. Und wir haben dann eine Wette, um 50 Subs, ob ich es schaffe, das Wort im Podcast unterzubringen, und Carsten nimmt es hin, und deswegen hab ich das konstruiert mit, ja, Brammen hat ja gesagt, Football sei wie Massenficken, und nur anders kannst du ihm Teams empfehlen, in der Hoffnung, dass er nicht über dieses Massenficken stolpert. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich gewonnen hab, oder ob Brammen gewonnen hat, weil er ist schon über das Wort gestolpert, aber er hat's jetzt nicht so gesagt, oh mein Gott, wie kannst du was sagen, oder? Das Wort Massenficken kam nur im Podcast vor, weil Brammen und ich eine Wette hatten, mir ist jetzt auch egal, wer gewonnen hat, zur Not geb ich die Subs rüber, aber find ich sehr, sehr lustig.